So klingen meine Löffel, Küchenhit, mein Kochtopf, Küchenhit, das Teller, Küchenhit und die Tasse, Küchenhit. Das ist, das ist der Küchenhit. Löffel, Töpfe, Teller, Tassen, machen mit, machen mit, machen mit beim Küchenhit. Außer Rand und Band, wenn sie spielen und klingen, alle miteinander. Jetzt schauen wir, was wir noch alles in der Küche haben. Ein Sieb, Küchenhit, Flaschen, Eierbecher und eine Rassel. Und drinnen ist Reis. Jetzt spielen wir noch einmal mit allen Kücheninstrumenten. Das ist, das ist der Küchenhit. Löffel, Töpfe, Teller, Tassen, machen mit, machen mit, machen mit beim Küchenhit. Außer Rand und Band, wenn sie spielen und klingen, alle miteinander. Jetzt ist Schluss. Also das ist, das ist, das ist, das ist, was wir wieder choren. Und das ist, 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 was wir noch nicht machen.